Hallo ihr Lieben, in diesem Video habe ich eine Idee für euch für eine kleine Box für Adventskleinigkeiten. Daraus könnt ihr super einen Adventskalender machen, wenn ihr eben 24 davon fertigt oder eben auch als kleines Mitbringsel in der Adventszeit oder für Freunde und Kollegen, wenn man die überraschen möchte mit einer Kleinigkeit. Das kann man super in verschiedenen Größen fertigen. Ich zeige euch hier zwei Größen, dafür braucht ihr jeweils ein A4-Blatt. Ich habe hier dieses stärkere Papier verwendet. Das ist so ein Aquarellpapier von Action, das hatte 300 Gramm, also das ist dann schön fest, aber ich glaube, das geht mit Sicherheit auch mit einem 200 Gramm Papier oder so. Ich habe ein Falzbrett verwendet, eine Schere, hier noch so ein kleineres Falzwerkzeug und ein Lineal. Ich habe, also es ist wieder sehr Freestyle. Ich habe zum Teil in Inch und zum Teil in Zentimetern gearbeitet, etwas unkonventionell zugegebenermaßen. Ich bemühe mich aber auch, euch immer Maße jeweils, wenn ich Inches verwende, in Zentimeter mit dazu zu geben. Das Ganze ist super einfach. Das ist im Grunde so eine Milchkartonverpackung. Die meisten von euch haben wahrscheinlich sowas schon mal gebastelt. Ich hatte es bisher noch nicht gemacht. Und drauf gekommen bin ich eigentlich hierdurch. Ich wollte nämlich mit diesem kleinen Häuschen etwas machen und es sollte eine 3D-Verpackung werden. Ich habe mittlerweile gesehen, die Michelle vom Kanal Papercuts124 hat auch irgendwie sowas Dreidimensionales mit dem Set gemacht. Aber ich glaube, also ich habe mir das Video nicht angesehen. Ich habe nur den Thumb gesehen und ich glaube, meins ist aber nochmal anders und darum möchte ich euch das auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Diese Box lässt sich eben ganz verschieden dekorieren und bei mir ist die Box eben tatsächlich nur mit diesem Häuschen dekoriert. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fange ich doch einfach mal an. Ihr wisst ja, ich mache sonst nicht so viel 3D-Projekte. Ich hoffe, das kriege ich hier einigermaßen erklärt, dass ihr das auch versteht. Aber es ist, wie gesagt, super einfach. Und ich habe mir jetzt hier erstmal einen DIN A4-Bogen herausgetrennt und nehme mir jetzt mein Falzbrett. Das da ist in Inchmaßen. Und das Ganze hat ja so eine, ja, mehr gemaserte und eine glattere Seite. Also mein Papier jetzt. Ich nehme die glattere Seite nach vorne, denn ich möchte da nachher noch drauf Ink blenden. Und nun nehme ich mir als Maßeinheit die Kantenlänge von meinem Dekoobjekt. Also diese kleine Weihnachtsbude hier. Und die hatte ziemlich genau zweieinhalb Inch. Also so bin ich auch drauf gekommen, eben wirklich in Inch zu arbeiten. Ich habe es angelegt und ja, das war halt einfach so lang. Das sind so circa 6,4 Zentimeter. Wenn ihr das Ganze aber sowieso entweder gar nicht damit, sondern mit anderen Sachen dekorieren wollt, da zeige ich euch noch was dazu bei meinem zweiten Teil. Dann könnt ihr auch ganz andere Kantenmaße nehmen. Und ich habe mir diese zweieinhalb Inch jetzt viermal da angezeichnet. Also viermal hintereinander. Und dann habe ich mir noch eine Klebelasche dran gelassen von so einem guten Zentimeter, so in etwa. Also ich glaube, da habe ich ein halbes Inch genommen. Und jetzt schneide ich erst mal ab. Also das ihr braucht viermal die Seitenlänge plus Klebelasche. Jetzt drehe ich mir das Ganze. Und jetzt brauchen wir einmal den Boden für unten. Und das werden hier bei mir auch wieder zweieinhalb Inch, also 6,4 Zentimeter circa. Das könnt ihr euch hier sonst auch nochmal anlegen. Also es muss jetzt sozusagen so breit wie das eine war, muss das andere auch werden. Kommt, ihr nehmt einfach zweieinhalb Inch oder 6,4 Zentimeter. Das Ganze soll jetzt eben bei mir auch vorne dieses kleine Häuschen drauf kriegen. Das war eben auch zweieinhalb Inch hoch. Also habe ich mir da nochmal zweieinhalb Inch abgeteilt. Sind wir bei 5 Inch. Und jetzt arbeite ich in Zentimetern. Und zwar habe ich mir dann jetzt vier Zentimeter abgemessen. Das habe ich mit Trial and Error rausbekommen. Ich habe mir das nämlich sozusagen ein paar Teile Probe gebastelt. Also hier ist eines davon. Und diese Seiten von dem Milchkarton, die geben ja nachher die Dachschräge quasi. Und das habe ich am Anfang nicht richtig hinbekommen. Und da habe ich mich halt herangetastet. Und dann braucht ihr eben oben noch so eine Lasche zum Verschließen. Und da habe ich, glaube ich, ein halbes Inch genommen oder so. Ich messe das gerade nochmal nach. Das blende ich euch jetzt hier unten mit ein. Und das ist dann soweit fertig. Und nach dem halben Inch das, was dann da oben noch stehen bleibt, das schneidet ihr dann ab. Das ist jetzt hier für Modell 1. Das eben H genauso groß wird, dass man da nachher vorne dieses kleine Weihnachtshäuschen, also diesen kleinen Verkaufsstand vorne, an den Giebel kleben kann. Bei dem Modell Nr. 2 verwende ich das ganze A4-Blatt. Das wird dann ein bisschen höher für größere Sachen. Oder wenn man eben vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht so einen kleinen Süßigkeiten-Mix drin unterbringen will. Oder eben was auch immer. Man kann ja nachher auch tatsächliche Weihnachtsgeschenke in so etwas verschenken und das Ganze als Geschenkverpackung nutzen. Und ich falte mir das Ganze, glaube ich, jetzt erstmal durch. Wir müssen noch ein paar kleine Falzlinien machen, und zwar die für den Giebel. Ihr legt euch jetzt euer Papier wieder aufs Falzbrett, sodass es waagerecht ist. Die Klebelasche ist auf der rechten Seite und oben ist dieser kleine Überstand, der einen Inch oder ein bisschen mehr als einen Zentimeter ist. Dann geht ihr in das zweite und in das vierte Segment von euren Seitenteilen oben rein und zieht jeweils auf der Hälfte eine kleine Linie, die bis zur ersten Falzlinie geht. Seht ihr das hier? Also sozusagen nach anderthalb Inch oder naja, ihr messt jedenfalls die Hälfte aus. Und die zieht ihr genau bis da. Dann packt ihr das Falzbrett weg und nehmt euch eine weiche Unterlage. Das geht auch so auf den Tisch, aber nachher zum Falzen ist es ein wenig einfacher, wenn ihr eine weiche Unterlage habt. Das kann ein Stück Moosgummi sein. Ich habe hier so eine Silikon-Backmatte, auf der ich auch Ink blende. Und dann nehmt ihr euch ein Lineal und entweder wieder euer Falzbein oder ich habe hier so ein kleines Falztool. Ihr könntet aber auch die Rückseite von der Häkelnadel verwenden. Das geht auch ganz gut. Ihr legt das Lineal an dieser ersten Falz und an diesem kleinen Falzteil, was eben nur bis zur ersten Falz geht, eben in der Mitte von dem zweiten Segment und richtet das Lineal dann zur Ecke nach unten links aus und da falzt ihr lang und das gleiche jetzt auch wieder von der Mitte oben zur anderen Ecke und falzt auch dort lang, sodass ein Dreieck entsteht. Und das ist nachher der Giebel von der Milchtüte. Das Ganze ebenso hier im vierten Segment. Nehmt ihr auch wieder die Mitte und falzt jeweils dann zu den Ecken nach unten. Also von der ersten zur zweiten Falzlinie hin, dass euch auch wieder so ein kleines Dreieck, wie ihr das jetzt hoffentlich hier ganz gut sehen könnt, entsteht. Als nächsten Schritt, der absolut optional ist, habe ich mir das Ganze eingefärbt mit Stempelfarbe und einer Inkblendingbürste. Da habe ich vergessen, die Kamera einzuschalten. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Das ist wie gesagt optional. Das müsst ihr nicht machen. Ich fand das aber von der Farbe her, also von der Farbigkeit nochmal sehr schön. Und dadurch, dass ich das jetzt beidseitig habe, habe ich nachher sogar einen ganz hübschen Inneneffekt. Da wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Aber ja, der Zufall, der ist ja manchmal da sehr hilfreich. Ich nehme mir jetzt so ein dunkles Rot und habe gerade nochmal mit meinem Stanzteil abgepeilt, wie hoch das denn jetzt so sein muss. Also ich fange sozusagen an den Füßen meiner kleinen Bude, meines Verkaufsstandes an. Ganz unten ist ja der Boden, also das sehen wir gar nicht, ob das weiß ist oder farbig. Und ich blende jetzt, wenn man von unten schaut, von der ersten Falzlinie an nach oben. Die Falzlinien, die zeichnen sich dann auch so ein bisschen doller ab, weil sich in den Riefen ja ein bisschen mehr Farbe fängt. Und ich möchte das jetzt einfach nachher haben, dass ich da so ein bisschen noch eine weihnachtliche Farbe, oder sie muss ja nicht weihnachtlich sein, aber dass ich eine Farbe habe, die oben aus der Verkaufsbude herausschaut. Und da mache ich jetzt einfach so einen leichten Farbverlauf nach oben. Ich glaube, das sieht dann ganz hübsch aus, weil wenn es nach oben weiß wird, das könnte man dann ja nachher auch als Schnee deuten oder so. Also ich glaube, es sieht einfach ein bisschen spannender aus, wenn da noch ein bisschen was passiert. Und das war es schon. Das geht total schnell. Aber wie gesagt, ist optional. Könnt ihr euch ja mal ein Muster basteln und angucken, wie ihr das so findet. Ich fand es mit Farbe irgendwie besser. Als nächstes falze ich mir alle nicht-diagonalen Linien einmal durch mit dem Falzbein, damit ich die schon einmal vorgefaltet habe. Und dann diese diagonalen Linien, die ja den Giebel ergeben, das ist auch überhaupt gar nicht schwer. Die müssen sich ja, hier seht ihr nochmal, welche ich meine. Da falzt ihr jetzt zuerst einmal die Senkrechte und das muss sich ja nach innen klappen. Also ich zeige euch hier noch einmal, so wird nachher hier das ganze Gefäß aussehen. Und jetzt erklärt sich eben auch, dass die hier nach innen müssen. Also nehmt ihr den jetzt quasi hier in der Mitte einmal, die obere Falz. Und mache ich das hier? Ne, ich glaube, ich mache zuerst die Diagonalen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr seht, da fahre ich einmal so ein bisschen mit dem Fingernagel lang und in der Diagonale auch so leicht. Und kniffe das so ein bisschen hier und das reicht schon, dass ich, guckt mal hier, wenn man das jetzt so knifft, dann biegt sich das sowieso schon fast nach innen. Seht ihr? Das ist total easy peasy. Das macht dann irgendwie, wenn ihr das auf so einer weichen Matte gefalzt habt, also auf einem Moosgummi oder was auch immer, dann fängt das Papier schon an und macht die richtige Bewegung mit. So, jetzt klebt ihr euch das Gefäß zu. Nein, eigentlich nicht. Also ich klebe jetzt das Gefäß zu. Eigentlich müsst ihr natürlich, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, unten noch einmal die Bodenlaschen einschneiden, weil wir ja sonst keinen Boden machen können. Aber ich war hier irgendwie jetzt so in meinem Film so von wegen, ich schließe das ganze Gefäß jetzt mal, dass mir das nicht aufgefallen ist. Das zeige ich euch dann gleich im Detail bei Modell Nummer 2 nochmal, wie das dann eigentlich gehen muss. Aber das kann man ja auch hinterher schneiden, aber es wird halt nicht ganz so akkurat. Aber mein Gott, also das ging hier auch. So, ich lege mir das jetzt so an und gucke, dass hier, dass ich das so anlege, dass die Falzlinien genau aufeinandertreffen, also die, die jetzt senkrecht sind, also was nachher eigentlich die waagerechten sind. Das hebt sich ja hier jetzt ganz hübsch ab durch die Farbe. Und ihr könnt das auch mit Flüssigkleber kleben. Ihr seht, ich habe es mit doppelseitigem Klebeband geklebt und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, jetzt fällt natürlich auch mir nochmal auf, der Boden lässt sich nicht einklappen. Also, ihr müsst diese kleinen Falzlinien hier einschneiden und am besten die Falzlinien, diese Wulst, die sich da bildet, beim Falzen auch direkt herausschneiden, weil das sonst unter Umständen nachher an den Kanten rausschaut. Ich habe jetzt hier einfach so Freestyle mit der Schere bis zur Falzlinie eingeschnitten und habe mal geguckt und seht mal, wie cool das aussieht, dass das innen farbig ist. Also, bei mir ist es jetzt, ich habe unten auch vergessen, dieses kleine Rechteck dort, die Klebelasche quasi rauszuschneiden. Die ist bei mir jetzt an der Wand mit dran. Dadurch legt sich das da auch nicht so nett. Das zeige ich euch bei Modell 2 auch, dass man das besser entfernt. Aber wie gesagt, also ist alles kein Beinbruch, das lässt sich alles auch so verwenden. Ist vielleicht nicht ganz so komfortabel in der Weiterverarbeitung. So, und jetzt klebe ich einfach alle vier Laschen unten aufeinander. Dann hat man einen extrem starken Boden. So schwere Sachen kann man da gar nicht reintun, weil die Box ja so klein ist, aber das würde richtig viel halten. Und ich drücke das jetzt von oben nochmal mit meinem Falztool an. Und so sieht es aus. Und guck mal, das sieht doch auch echt cool aus, dass das von innen auch noch farbig ist. Also, so, und jetzt drückt ihr das einfach so, wie ich das hier mache, nach innen rein. Und dann legt sich das wie von selber und ihr knifft das da nochmal. Und fertig ist euer kleiner Milchkarton. Bevor ich das jetzt von außen mit dem kleinen Stand dekoriere, verschließe ich das oben. In diesem Fall wickle ich einfach dreimal eine Schnur drum und verknote und verschleife die, dass das vorne am Giebel ist. Denn dieser Giebel hier, das möchte ich ja gleich anpassen mit meinem Dach von diesem kleinen Stand. Und das fand ich jetzt so rum einfacher. Ist ein bisschen umständlich. Ihr könntet da auch einfach eine Klammer oben draufsetzen. So, und ich fange jetzt an und dekoriere mir die Front. Also, ich klebe vorne hier diesen Stand einmal da drauf. Die Basis des Standes. Schön mit Flüssigkleber. Dann kann man das noch ein bisschen korrigieren. Ihr seht, welche kleinen Teile ich jetzt noch dazu verwende. Das könnt ihr aber ganz nach eurem eigenen Gusto machen. Je nachdem, wie viel Liebe ihr da ins Detail stecken wollt. Denn da sind ja wirklich sehr, sehr viele Details dabei. Also, da habe ich wirklich auch nur einen Bruchteil von verwendet. Ganz wichtig, dieses kleine Dach mit der Lichterkette, das hat jetzt nur Klebepunkte rechts und links. Und das klebe ich an dem Stand und an dieser senkrechten unteren Verpackung fest. Das ist nicht oben am Giebel festgeklebt, denn der bewegt sich ja nachher, wenn wir die Verpackung öffnen. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt hier wirklich alle Elemente in Craft farbig mache, das könnt ihr handhaben, wie ihr das möchtet. Ich fand das tatsächlich sehr hübsch, weil es eben nicht so detailreich war. Also nicht so sehr realistisch dadurch, sondern so ein bisschen abstrakter. Und ja, und es war natürlich am Ende auch einfacher und schneller. So, jetzt gibt es aber noch Sprüche dazu. Und zwar habe ich mir dieses Stempelset von Alexandra Renke gekauft. Das heißt für dich gemacht und ich habe daraus genommen Leckerei für ein paar Glücksgefühle. Da sind lauter so herzige Sachen drin und da es dieses Jahr von mir wieder etwas zum Essen gibt. Als so kleine Goodies für Freunde und Verwandte habe ich gedacht, dass ich doch mal in so einen Stempel investiere. So, ich möchte das aber doch nicht in die Mitte von dieser Hütte haben, sondern vorne als kleines Schild drauf. Ich hatte keine passende Stanze und darum habe ich mir hier diese Tag-Stanze von Action genommen. Und die werde ich jetzt in der passenden Breite nochmal stanzen, dass ich sozusagen diese Schwalbenschwänze da, dieses V, auf beiden Seiten habe. Also ich stanze jetzt hier die, jetzt seht ihr, wie ich es gemeint habe. Also ich habe diesen halbrunden Kram da nochmal abgestanzt und jetzt habe ich so ein Schild und das werde ich bestempeln. Und das hat nämlich haargenau die richtige Größe und so sieht das dann da vorne drauf aus. Und ich finde, das ist doch äußerst hübsch geworden. Ihr könnt die Dose, äh, die Dose, die kleine Box oder Schachtel natürlich auch super einfach mit einer Klammer verschließen. Das zeige ich euch gleich noch bei Modell Nummer 2. Und ich finde, diesen Farbverlauf, der war super schnell gemacht und sieht aber total niedlich aus. Und ich fand es einfach hübscher, dass hinter diesem Fenster noch so ein bisschen was ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wie gesagt, also das war meine Motivation dahinter und das lässt sich bestimmt super als Adventskalender machen. Ihr könntet die Zahlen oben als Anhänger dranhängen oder ihr könntet die vorne vor diese Bude stempeln oder als kleines Stanzteil drauf machen. Oder eben in dieses Fenster mit rein. Also ich glaube, das lässt sich total vielseitig verwenden. Und da passt schon tatsächlich so ein bisschen was rein. So, und das ist jetzt Modell Nummer 2. Das wird höher. Und da habe ich einfach wieder die gleiche Breite genommen wie bei Modell Nummer 1, nur dass es höher ist. Also unten habe ich wieder, also das hier ist jetzt in der Breite abgefallen, wie vorhin auch. Das ist mein A4 Blatt und unten hier habe ich wieder 2,5 Inch oder 6,4 Zentimeter abgefalzt. Oben mein halbes Inch, hier die 4 Zentimeter und das hier in der Mitte, das ist einfach der Rest. Also ich habe diesmal nichts abgeschnitten und dadurch wird das dann ein bisschen höher. Und das hier hat wieder die gleichen Abstände, also hinten hier die Klebelasche, circa 1 Inch und wieder 2,5 Inch eben diese Seitenteile. Und jetzt zeige ich euch, das hier ist die Klebelasche und dieses untere Stückchen hier, das schneidet ihr raus. Und hier schneidet ihr eben diese kleinen Falzlinien auch raus, dann steht das nachher nicht über. Und das hätte ich eben bei dem anderen auch machen sollen, aber ja, da war ich dann schon quasi, wehnte ich mich schon auf der Zielgeraden und habe dann nur noch gesehen, gleich ist es fertig. Und darum habe ich das dieses Mal auch gemacht, bevor ich die Farbe aufgetragen habe. An dieser Stelle habe ich ein ganz dunkles Grün genommen und habe das auch wieder so aufgetragen wie beim letzten Mal, bloß dieses Mal halt nicht beidseitig, weil, naja, so, ne. Ich habe ja letztes Mal eigentlich nur vergessen, die Kamera anzumachen und so ist ja diese Innendeko entstanden. Jetzt sprengle ich zur Dekoration von außen aber noch ein bisschen goldene Aquarellfarbe auf, denn dieses kleine Schächtelchen bekommt nicht den kleinen Marktstand da vorne vor, sondern der wird ein wenig anders dekoriert. Dafür könnt ihr jedwelche Weihnachtsmotive nehmen. Ich habe hier aus diesem Truck-Stanzen-Set die Weihnachtsbäumchen genommen. Ich habe erstmal alle drei gestanzt und färbe sie mir jetzt auch grün ein. Da könnt ihr natürlich auch entsprechend gleich fertigen Cardstock nehmen, aber da ich ja vorne schon geinktblendet habe auf der Verpackung, passt das jetzt so farblich natürlich noch 1A. Und hier blende ich mir noch einmal um die Kanten rum, denn es schaut doch noch so ein bisschen Schnittkante von den unteren Seitenteilen, also von meinem Boden da raus. Und wenn man da so rüberbürstet, dann ist das ganz schnell optisch weg und ja, das ist dann ein wenig eleganter, fand ich. So, nun ist die Kiste fertig und mir ist aufgefallen, wäre ja auch schön, wenn vorne noch was draufsteht, aber wie stempelt man da jetzt drauf? So, wenn ihr jetzt auch mal das Problem habt, habe ich gedacht, da muss es doch irgendeine schicke Lösung für geben. Und ich habe mir einfach eine kleine Schachtel gesucht, die innen reinpasst. Das hatte ich nun auch zufällig auf dem Schreibtisch und die passt jetzt nicht so ganz. Also meine Schachtel ist ein wenig verbeult, aber ich habe jetzt einen Widerstand, auf den ich stempeln kann. Also sonst beult ja das Papier nach innen und der Stempel würde sich nicht korrekt abdrücken. Und jetzt kann ich das einfach draufdrücken. Ich lasse es ein bisschen drauf, damit die Farbe auch schön Zeit hat, da sich zu übertragen. Und guckt mal, ist 1A geworden. Also ich habe schon so ein bisschen die Luft angehalten, muss ich gestehen. Aber es ist gut geworden. So, und meine Tannenbäumchen. Da werde ich jetzt noch mal zwei zusammensetzen und das gibt jetzt so einen Anhänger. Und da möchte ich gleich ein Loch reinmachen. Und damit das nicht oben ausreißt, habe ich noch mal eine Tanne aus so einem Restepapier gestanzt und die klebe ich jetzt dahinter. Also ich loche die größte Tanne. Und ziehe dann da gleich eine Schnur durch. Ich habe erst überlegt, ob ich da noch eine Öse reinmache. Aber das war Quatsch. Also ich habe das nur gelocht und dann war gut. Also da musste jetzt nicht noch eine Öse rein. Aber wenn ihr vielleicht noch einen schicken Anhänger habt und das sieht bestimmt auch sehr edel aus, wenn man da noch irgendeine Metallöse mit reinsetzt. Da sind meine Klemmerchen, die ich hier bei mir noch gefunden habe. Also es gibt hier solche Goldklemmerchen. Es gibt hier solche Foldback Clips, die ihr für oben als Verschluss verwenden könntet. Ich habe noch kleine und mittlere Büroklammern bei mir gehabt. Also in Gold sieht es bestimmt super aus. Hier, ich habe ja diese ganz Mini-Dinger und auch normal große und dann habe ich auch diese Riesenbüroklammern. Und da habe ich gedacht, das sieht vielleicht auch schick aus. Aber dafür war oben mein Schniepelchen da nicht lang genug. Also da hatte das keinen Widerstand. Wenn ihr das plant, dann müsstet ihr tatsächlich oben diese Lasche länger machen beim Falzen. So, ich habe mich aber hier wieder für goldenes Band entschieden, für eine goldene Schnur und habe dann nochmal auf einen kleinen Mini-Tag auch wieder diesen Stempel mit den Leckereien zusätzlich nochmal drauf gestempelt. Und das Ganze ist jetzt ein wenig größer. Auch das würde sich für so einen gemischten Adventskalender super machen. Also das könntet ihr in verschiedenen Größen machen. Oder wie gesagt, eben als so ein kleines Mitbringsel, kleines Geschenk, vielleicht unter Freunden, unter Kollegen. Das ist, finde ich, sehr ansprechend geworden. Mir gefällt das mit diesem Farbverlauf und war jetzt von der Arbeit her wirklich überschaubar. Und ich finde, dass es schon edel aussieht und schon ein bisschen was hermacht. Und wie gesagt, an Anhängern könnt ihr da nehmen, was ihr so an Stanzteilen oder auch fertigen Anhängern bereits habt. Und das dann entsprechend vielleicht auch thematisch mit den Farben anpassen, was euch so gefällt und was vielleicht bei euch eben zu eurem Motiv passt. Ja, und das wäre dann hier Modell Nummero 2. Und die könntet ihr zum Beispiel auch riesengroß machen, wenn ihr A3-Papier nehmen möchtet. So, damit ist auch dieses Video schon wieder zu Ende. Das waren meine zwei kleinen Boxen, aus denen ihr sicherlich auch ganz verschiedene Adventskalenderstände machen könnt. Denn das wäre ja vielleicht ganz nett, wenn man so einen ganzen Weihnachtsmarkt als Adventskalender hat mit ganz verschiedenen Accessoires an jeder Hütte. Ist sicherlich ein bisschen Arbeit, aber ja, wer Lust drauf hat auf so kleine Pusseleien, das geht bestimmt super. Ich überlege derzeit, ob ich es hinbekommen würde, in der Adventszeit jeden Tag, also im Dezember, ein kleines Minivideo zu machen. Denn ich habe mir den Spellbinders Adventskalender gekauft und habe überlegt, ob das Spaß macht, da jeden Tag eine Kleinigkeit mit zu basteln. Also ich glaube, da ist ja manchmal auch nur so Glitter und so drin. Damit ist jetzt vielleicht nicht so sinnig, irgendwas zu machen. Aber na, ich muss mal gucken. Obwohl so viele von euch werden das vielleicht auch nicht haben, aber da werden ja sicherlich auch so ein bisschen, sage ich mal, so allgemeingültige Motive drin sein, die man vielleicht zu Hause hat und so. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und sage Tschüss bis demnächst.